Ich hab' nur Nuklear! Everybody wants to be my enemy! I want to spare the sympathy! Habt ihr vergessen? Ich spiel' kein AP-Sharkoch. Oh, ich dachte jetzt schon die beiden jetzt auch noch Sharkoch! Hilfe! Ich spiel' halt wohl lieber. Es gibt ne Eternal-Kapsel? Was sind Multi-Kills? Alles, was mehr als eins ist, glaub' ich. Ja, easy! Doppel-Kills, das hol' ich mir auch schon easy. Da wir ja grad ein paar Zuschauer haben. Ja, immerhin. Was? Im Allgemeinen. Ich hab' ja gesagt, es gibt ne kleine Ankündigung. Und zwar, ich werde heute nicht so lange streamen. Das hat einen Hintergrund. Und zwar am Mittwoch, dem 22.12. Ist das 22? Ja. Ja. Da gibt es von um zwei nachmittags bis um zwei nachts einen 12-Stunden-Stream. Und warum gibt's den? Weil ab demnächst muss ich nicht mehr am Wochenende arbeiten, also ab Anfang Januar. Weil ich dann aufgestiegen bin auf Arbeit und dann nur noch betreue. also nicht mehr selber arbeiten muss. Lol, Digger. Das wird gefeiert. Jetzt kannst du... Machst du keinen 24-Stunden-Stream? Weil ich nächsten Tag früh ist um acht bei... Adi auf der Matte stehen muss. Musst du morgen arbeiten? Ja. Schade. Das hätte ich gesagt. Na dann, Nico, ne? Vorfeier, jetzt im 24-Stunden-Stream. Viel Spaß. Hilfe. Wir müssen erstmal einen 12-Stunden-Stream machen. Ne, direkt 24. Hilfe. Ja. Habe ich... Ich bin auch dann noch am überlegen. Viele wollen ja immer, dass ich Bohnen esse. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Aktion machen. Du ekst das komplette Bohnen-Fall. Wie schön gesagt, wenn irgendwer in meinem Leben eine 100er Sub-Gift-Bomb bringt, dann schmelze ich die alle ein und trinke das. Wie kostet du 100 Euro? 400 Euro. Boah, die ist echt ne Dinger. Ja. Aber das wäre schon eh gehabt. Das ist zweimal mein Arbeitslosengeld fast. Fast die ganze Portion von der Wohnung. Aber stell dir das mal vor, die ganze Packung einfach eingeschmolzen und dann wächst. Oh, Mom. Hm. Ah, so. Jetzt geht's los. Mach ich mir jetzt noch eine für das Game? I'm gonna give you a blessing. Nee. Ich trinke ganz normal. I'm so chill. Never gonna give. Never gonna give. Ich hoffe, du intest nicht Top-Lane rein, ne. Das wär lieb. Eigentlich Irelia. Es ist Irel- Mh, da muss los. Es ist immer einer von beiden. Immer wenn ich Woldibear spiele, ist entweder Irelia oder Kled. Einer von den beiden Crackheads ist immer. Es ist... Weiß gar nicht, wie man das hier macht, Digga. Den ultimativen Shaco liest. Ich hab keine Ahnung. Hm. Ich hab keine Ahnung, deswegen... Es ist jetzt First Try, Niko, ne? Was ich jetzt mache, ne? Was ist los? Es kommt wirklich viel First Try. Mal gucken, ob ich das so schaffe. Die Kamera ist auf dich gerichtet. Halt die Fresse. Ja, ja. Da werden die Puppen geplaced. Ulibear, wie er einfach da steht. Ich hab gar keine Ignite dabei. Schon verloren. Du sagst wenn gut, ne? Ja, ja. Ich glaub, ich glaub du hätt's schon gehen können. Guck mal, wie viel damage ich... Es hat keine Agro mehr auf mich, Niko. Es ist komplett kaputt gegangen. Die Agro auf dich hat die ganze Zeit. Okay. Weiß nicht, woran hat's gelegt? Perfekt. Ich hab nicht mehr die EP bekommen. Von gar nichts hab ich die EP bekommen. Ich hab von nichts die EP bekommen. Immerhin war die Irelia dumm. Warum? Nicht einfach in meiner Ehe stehen geblieben. Hätt ich die eh schmecken lassen. Und die nächste lässt sich auch schmecken. Schmeck. Die denk ich auch nur so. So. Ich hab vielleicht auch noch smiten sollen. Ich muss mich mal aber geschmieden reinziehen davon. Kein Knite dabei erstmal. Das macht mich jetzt ein bisschen mad. Was? Ich spiel zur Zeit immer die Knite auf der Top-Lane. Was hast du hier? Junge. Hast du Blitz nicht eingestellt, dass das dann auch deine Spells ändert? Nö. Automatisch. Oh Junge, das können die. Oh man, Niko. Ja. Dass du selber nicht mal drauf achtest. Ich dachte, du spielst zur Zeit länger mehr Leute. Ja, ich fahr heute arbeiten, es tut mir leid. Keine Ausrede. Keine Ausrede. Immer von Arbeitslosen zu hören, das find ich immer ganz schlimm. Ja und? Hilfe. Auch wenn ich arbeiten würde, das ist bei mir einfach Masse-Memory-Dinger, dass du deine Spells machst. Ja, ich spiel auch nicht jeden Tag Hilfe. Doch auch nicht. Bitte? Nicht jeden. Ab und zu spiel ich auch was anderes. Ich bin in Gefahr, bitte helfen sie mir. Da spiel ich auch mal, keine Ahnung, ein bisschen Osu. Ich brauche dann meine Ehe zu spielen. Challenge sie jetzt. Gibt's nicht, ne? Alter, was? ADC? Mu? Sein Bar, ey. Beide waren da. Wir hätten easy Double Kill machen können, ne? Man, jetzt habe ich alles verloren. Kompletter Jungle, alles. Alter, ist das traurig, man. Oh shit. Nee, Digga. Ich würde so gerne einfach jetzt rausgehen, da aus dem Ding. Jungle, Jungle aus Top. Und einfach nur schlafen, Digga. Ich kann nicht schlafen. Einfach jetzt auflenken und schlafen, Digga. Oh, ich kann nicht schlafen. Schlafen. Ach, warum denn hinter mir? Alter, der Brand verfuckt mich absolut ab, ne? Der hat so einen kleinen Penis. Das glaubst du mir nicht. Jungle ist immer noch Top. Das bringt mich nicht mal zu invaden, Digga, weil der einfach seinen Red- und Blue-Buff hat und er nicht ab ist. Ach man, ich bin so fucking behind deswegen, man. Herrlich. Herrlich. Bei Sylas auch natürlich eine halbe Stunde, nachdem er Brand bei mir sieht. Move, Digga. Ich würde die Krabbe contesten, aber... Dööö, darf ich ja nicht... Gibt Schlimmeres. Ja, Jungler, der absolut behind ist. Junge, ich komm nicht mehr zurück. Ich darf jetzt AFK junglen gehen. Und darf, kann niemand helfen. Ich kann mit Jerko eigentlich direkt Level 3 helfen, aber nein. Oder früher helfen. Weil ich keine Camps hab, aber jetzt habe ich tausende Camps. Nen Mitleiner, der mich wahrscheinlich hasst, weil natürlich Simon Brand, der gemoved ist, mich geholt hat. Was zum Fick tut die Irelia? Keine Ahnung. Ja, ich soll's nicht stören. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was habe ich da grad gesehen, ne? Also meine Augen bluten grad. Meine Augen bluten. Eine Sache. Ich glaub, die... Ich glaub trotzdem, die Butler-Mädels nicht gelten. Für die Aktion. Mhm. Mhm. War einfach genau das gleiche, wie die Jungler bei uns in den Games gemacht haben, wo wir Botlane waren. Ja, ich seh... Ich seh gar nix. Alle... Alle 20... Alle 20 Minuten ein Gank. Na, Henry? Ja, der Discord-Dings funktioniert aktuell nicht, weil ich da auf Stream-Elements geswitcht hab, weil ich ein dummer Kekko bin. Der funktioniert auch aktuell nicht. Was haben die Jungle? Eine Seicho. Ja. Okay. Komm. Komm in meine Range. Ach. Fuck off. Ich dich, Brand. Das ist jetzt geshittet. Kleiner Ho. Ich mach Cover, dann komm ich zu dir, ne? Ja. Ich hab nur kein Mana Mana. Ich glaub, ich krieg die auch so da hin, glaub ich. Ja, die ist grad eigentlich relativ. Aber, wo gehst du denn hin? Sie ist das hier, Joani. Ja, wie die ganze Zeit schon. Ich lauf mal ein Stück runterwärts. Ich bin tot. Oh shit. Fuckt mich das ab, Mann! Du bist da rein worden. Wo du Affilius grad ver... Warum bist du... Niko? Ich bin halt... Du bist halt ein bisschen abwesender. Ja. Okay, wer... der Dings dann macht's. Oder auch nicht. Du musst den Board da... Boarden. Ja, der... ist... gewordet. Ja, dank Silas. Der war... Der war aber vorhin gewordet. Musst du dauerhaft... Der... der braucht dauerhaft... Wischen. Dauerhaft. Damit ich ganken kann. Weil sonst sitzt da Cidroani die ganze Zeit im Busch. Ich kann jetzt hier die Dings noch schnell holen. Ich war auch nicht fackt. Bin ich absolut ab, Alter. Wär ich Level 6 gewesen, Mann. Aber ich bin natürlich... nach dem Tod... Also nach meinem Tod bin ich Level 6 geworden. Brauch ich, ne? Dass ich halt keinen Teleport dabei hab, gell? Ist halt so... Löst! Ja. 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 Aber... Ist es meine Schuld, dass du nicht auf deine Spelze achtest? Ja. Oder ist das deine Schuld? Alles deine Schuld. Alles klar. Das finde ich jetzt irre. Okay, ja. Ne, bitte nicht. Sie ritt weg. Hilfe. Pass auf, Cidroani ist die ganze Zeit weitestgehend oben im Jungle. Soll sie jetzt herkommen? Da ist sie schon. Es geht die ganze Zeit. Jetzt gehst du da rein. Nimm keine Spells mehr, Kappa. Das war ein Scherz, Junge. Ich hab keinen Maler, ne? Ich kann null helfen. Das sieht aber gut aus, Nico. Komplex. Komplex, ich seh's, Digga. Ich seh, wie komplex das ist, ja. Bei dir. Ich wüsse. Hat sie einen Blue-Buff gehabt? Ja. Ja, hat sie... Also hat sie gerade Blue-Buff gemacht. Hm. Wollen wir die Diven? Können wir. Eigentlich wartet man auf einen Dive, ne? Bis vor man reingeht, Nico. Aber... Alles klar. Geh ich schon. Die lebende Legende. Ja, schon. Ich hab's verstanden. Die lebende Legende. Ich bin nicht mehr auf der Borderline. Äh, auf der Borderline. Hilfe. Das ist doch eh nicht besser. Nö, Digga. Wenn du jetzt Hilfe rufst, ne? Nö, nö, nö. Dann stehst du 3-0, ne? Mach's Solo. Jo, Hilfe. Du kannst grad pushen, weil es sich an die Borderline hockt. Ja. Wahrscheinlich für Drake geht. Ja, ne. Ich weiß nicht. Ich hab grad keine, keine Minions. Ich wurde mal. WTF Bart? WTF Bart? Ja. Hallo Gerät, ja. Wado. Brie. Verhältnismäßig kriegt sie mich halt gerade aktuell wegen meinem Live. You are my live. Blut. Hilfe. Haha. Ah, mein Bluboff ist gleich vorbei. Ich hab keinen Bock mehr. Ich werd dauerhaft verkauft, man. Liegen mehr. Ey, es macht keinen Bock. Ey, ich spiel mit Robin und da kommen behinderte Spasten, die einfach nichts können. Und ey, es kann nicht sein. Kann nicht sein, dass bei Robin, dass Robin seine MMR jetzt noch tiefer ist als deine. Ah, scheiße. Kann nicht sein. Ich geh dauerhaft meine Bluboffs ab. Niko, Alex. Na, Henry? Wie geht's dir? Ey, ich geh jetzt gar keine Lame mehr ganken. Ich mach nur noch den Jungle. Da verrecke ich mindestens nicht. Fuck, fuck. Der Jungle holt mich ein. Ohne Telefon. Das ist für mich. Ach, du bist... Ob ich das merke, dass du... Na, Henry? Na? Da. Altes Zuckerpüppchen. Nicht frech werden. Bin ich frech? Du bist frech. Ohhhh. Ist ja besser. Ich mach bald nen Arsch hoch. Oh, herrlich. Was geht das hier oben? Mensch. Kommts. F11, ihr verliert das Game eh. Okay. Pass auf, Sejuani ist noch da, ne? Wusste ich. Ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Wusste ich. Ah. Looking for... Brent ist auch der Bot-Lane, Junge. Aber natürlich Geng ist der Bot-Lane. Oder? Leben wir. Mach's gut, Tower. Mach's schön mit dir. Ach nö. Oh nö, dir geht Mid-Lane Tower einreißen. Ja, ich glaube. Irelia und Sejuani spielen Pre-Mater. Glaubst du? So oft wie Dings oben war. Blitz reagiert grad bei mir nicht. Ähm. Nö. Irelia spielt mit Brent und der Senna zusammen. Okay. Sowas sieht man da auch, ja. Ja. Du siehst Pro-Bills. Du siehst, äh. Äh. Die Dings da zur Zeit die Meta. Also wer S-Tier ist. B-Tier und so weiter. Die Win-Rates siehst du. Du siehst die anderen Spieler, welche Elo die sind. Äh. Ja. Ich komme zu dir, ne. S-Tier kommt auch. S-Tier kommt auch. S-Tier kommt auch. So wie immer. Okay. Okay. Cool Niko. Die scheiße haben wir jetzt Deutsch-Poschen. Hm. Ich hab grad keine Puppe. Lebensmittel. Let me in. Mensch, Henry, ich hab's halt nicht gemerkt. Ja, das hab ich gemerkt. Oh, jetzt flasht sie sogar dafür. Ah. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der hat kein Flaschen, Niko. Aber ich. Aber ich. Das hat sich aber so viel Movement Speed, ne. Ja. Ja. Wenden gleich kommt Cichuani in mein Gesicht. Dann renn doch nicht weiter hinterher. Ach, haben die Drake gemacht? Juch. Ah. Ja. Voll macht sie übelst Lust. Auf einmal haut sie die übelsten Places raus. Ich will sagen. Jesus. What the fuck. Das ist ein magisches Item. Das nennt sich Blade of the Loan King. Das ist jetzt Power Spike. Kann mir morgen ausschlippen. Nicht mal ein legendäres Item, ne. Das sind nicht mal Müffek-Items. Ist das. Und Power Spike hat sie dadurch. Ich versteh auch nicht, was unsere Boatline macht. Die läuft hin und her, aber macht nicht den Tower. Haben die überhaupt Chana auf den Tower gemacht? Nein! Wir haben gar keine Tower. Wir haben nichts. Es geht immer auf die Kills. Das versteh ich halt gar nicht, wann. Hör doch scheißegal. Die Midlane ist irgendwie keine Ahnung. 020 steht, Digga. Wenn du deine Lane einfach gewinnst, ist alles fein. Mach aber den scheiß Tower und gutes. Wir lieben Tower. Wir sind Pumper. Oh, schön. Sieh, das geht jetzt wieder Boatline. Aber warum? Wozu? Da ist nichts. Man kann da Kills bekommen. Aber wir haben keine Harrod. Nichts. Wer hätte einfach seine Midlane beider pushen können. Und gut ist. Brent ist jetzt nur hinterher gemoved. Das versteh ich nicht. Jetzt verrecken sie auf der Boatline. Ey, Mann. Lieben wir. Uh, Irelia. Nee, Digga. Wir lieben Irelia. Macht Spaß. Nee, Digga. So, wir warten jetzt auf Irelia hier, wie bestellt und ich abgeholt. Ach, die kommt schon gleich grad zu mir. Ja, das kann sein. Das kann tatsächlich. War Steiner. Danke. Das war schon im Dauer. Oh, ne, die ist ja. Moin. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das Team keine Tower nehmen will. Dann nehmen wir nicht alles. Wollen wir hier einen, äh, Reddorf schenken? Ich weiß nicht. Ich hab's. Nicht so. Wäre auch witzig, oder? Ja, das war's. Ich hab's. Ich hab's. Klar. Ist doch witzig, oder? Ja, ok, warte, dann checken wir ja einfach nur so'n Double Kill, oder? Hm! Dass das funktioniert halt, das ist ja eigentlich schon wieder ein Wahrsteiner. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Schon wieder illegal, eigentlich, aber... ...als Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ich hab eigentlich grad drauf gewartet, dass die Rida irgendwas schreibt. Hesi, bitte, danke. Bitte danke, Anka. Bring it back, bring it back. Alter, das Team kriegt ja doch irgendwas hin. Wir kommen im Late Game. Was für Late Game mit einem Minitum 20, oder? Wir kommen im Late Game. Wir bauen jetzt langsam... Wir bauen jetzt langsam auf, und dann... ...spielen wir Urgott. Flippity-Flip. Bring it back. Kein Tower, Digga. Also, wenn wir nicht den Vorteil bekommen, ne, mit dem Gold und alles, ne, dann weine ich. Also, Bounty, hm. Wenn wir die scheiß Bounty nicht bekommen, dann, äh, ich sag's dir, dann wei ich nicht, aber... Wir kennen dieses Spiel. Wir werden keine Bounty kriegen. Doch! Kriegen wir, weil wir einfach nur einen Tower haben. Ja, wir sind doch nur... Zwei Tower, zwei Trainers. ...die ja schon dasteht, und wie so ein Endgegner auf mich wartet, da hab ich da schon wieder gar keinen Bock mehr. Nicht? Ne, die ist schneller als ich. Fuck, fuck. Henry, sie holt mich ein. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ah, die Senna, ne? Die macht gefährliche Dinger. Oh, oh. Ja. Wahrscheinlich Senna-Sachen. Das hätt schon auch nie aufgedeckt. Schön, dass der Silas die Mitte komplett vernachlässigt. It's my time to shine. Ich hab kein Smite mehr, perfekt. Ja, ich hab kein Smite. Ja, ich hab kein Smite. Push einfach den Tower. Push einfach den Tower. Push einfach den Tower. Push den fucking Tower. Ich krieg das auch alleine hin. Push doch den Tower. Oh, fuck. Oh, shit. Was war das für ein Reim? Scheiß drauf. Ich frag mich, wie gut soll dein Freestyle sein? Ich hab keine Spells. Ich hab keine Spells. Das ist so dumm. Meine Fresse. Mach doch. Ich hab keine Spells gehabt. Das ist so dumm. Na? Mann, die Ponteleine. Ich kenn's mir alles aufschneidend. Ich vom... Was soll ich dazu sagen? Ich krieg einen Mental Breakdown hier drin. In dem Game. Also, ich frag nur noch einmal. Nö. Mein Mental Breakdown ist stärker. Ich mach gleich einen Faceroll über die Tastatur, gell. Mach ganz entspannt. Ich hab grad einen Aram angefangen. Ne Aram. Sau Schäfer seine letzte Runde für heute. Na prima. Ach, Situani, renn doch nicht weg von mir. Ja, Henry, ist alles dein Entschuld. Ey, haben die immer noch den Tower bekommen? Ey, halt die Fresse. Die hat immer noch den Scheiß Tower bekommen. Nimm den Tower jetzt, Bart. Gibt keine Tower. Ey, sch... Ne, Digga, jetzt... Ne, komm. Die sind ja nicht beim Tower Schlussverkauf. Hilfe. Na, warte, gleich wieder ihre Rede auf mich. Wieder ein Entgegenmer. Oh mein Gott, ich hab den Tower bekommen. Oh mein Gott, ich hab den Tower bekommen. Ja. Bring it back. Ich komm jetzt mal zu dir hoch, Digga. Um die Rhea, äh, einen Fadon zu geben. Okay. Dass du mehr Spaß hast. Die Rhea ist einfach der Endgegner. Die steht jedes Mal hier und so... Ich glaub hier um die Ecke und sie steht da wie C-11 von Fortnite, ey. Das ist so burny. Dann lass ich den Gage von ihr. Ah, du hast aber auch alles ab, ja. Ulti, alles. Oder? Gleich hab ich eh. Jetzt hab ich alles ab. Die kommt zu mir, jetzt kommt zu... Ne, go. Gleitet ist sie. Ich muss mal der Popo kaputt machen. Oh, ich muss weg. Die weiß einfach, dass du das nicht bist. Okay. Sie ist einfach nicht dumm. Ne, jetzt kommt sie und rape dich. Okay. Okay, dann behalte ich den selber. Okay. Ich komm gleich, Adon. Butterfly. Muss ich hin? Ich brauch kein Red Buff. Nö. Ne, sie heilt sich grad an den Crux hoch. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Sie hat sich wirklich hier hochgehalten. Jo. Ja, hast nie Red, ja. Ich hab wieder Ult. Wir können's wieder versuchen, Nika. Warte, dass sie unserem Tower kommen. Ne, ich glaub alle... Wir alle kommen grad für sie. Alle auf die Rechte! Wetten, die macht uns trotzdem. Nein. Wie? Ich will sie's machen. Vor allem, du sagst, nein, guck mal mein Leben an. Dafür, dass wir... ...alle gegen eine waren. Hm. Es war einfach die Zerreißprobe schlechthin. Oh Gott, ich hab's gefaked. Auf dem Weg. Mit meinem Baby sich schlicht zugeht. Besser aus dem Weg. Uff. Hm. Hm. Weiß nicht, Digga. Weiß nicht so, Digga. Was? Hallo? Hallo? Nein. Hallo, wie lange? Hallo? 3,17 Sekunden Stunt, ich glaub's auch. Ja. Dumme Bengel. Es war auch schön, dass der Djinn den Dings da fokust, ne? Mit der Ulti. Wir lieben Djinn. Den Tank. Oh ja, guck mal, dass ich rege. Und Djinn deletet. Ne, sie lassen. Sie lassen. Ich... Ich muss halt weg, um Items zu kaufen, ne? Dann müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Ich würd die Zeit noch gern... Zeit bitte gern haben, danke. Oh, Drake ist ab. Geben wir jetzt den einfach den nächsten Drake? Oh, ist Cichuani noch da. Cichuani muss dann... Kann ich zum Drake rennen. Ich glaub, Cichuani rennt gerade zum Drake. Jupp. Dann ärgert die noch ein bisschen. Vorig. Die anderen kommen auch. Ich weiß. Ihr Reder sind deutsch, sind alle tot. Oder auch nicht. Oder vielleicht auch doch. Oh. Eins, Lebe. Also, wir haben immerhin 4 gegen 4 getradet. Entschuldigung. Also... Ria denkst du... Ria denkst du jetzt einfach so... Ja, ich spreche jetzt Drake. Guck sie dir an, wie sie da einfach ganz gemütlich die Scheiße schickt. So ne Fotze, Digga. Das... Oh, schade. Ich bin nett. Einen. Ne. Der Pantel. Der Polter. Ja. Der absolute Bernie. Jetzt als Serie. Uh, oder auch nicht. Oh. Bart verkauft. Und auch Bart verkauft. Oh, Bord kam raus. Oh, oh, oh. Hat die Puppe gerade gecarried? Jaden, ein Schuss noch. Oh. Ich betrachte sie jetzt aus. Direkt wieder Lowlife, Alter. Cool, ne? Grenzen testen. Grenzen testen. Lieben wir. Oh, Sijuani denkt sich richtig Top-Line aber durchpusten. Oh, shit. Wäre gut, wenn Back geht, irgendwer. Mit. Oder? Wenn sie... Ne, doch nicht, sie bricht ab. Sie bricht ab, ich bleib hier. Ja, ich geh trotzdem hoch. Ja, mach mal. Ich geh mal erstmal von der Irea im Jungle gefickt werden, ne? Oh, ich... Du hast abgebrochen in der letzten Sekunde. Ich dachte, ich wär Gin gewesen gerade. Ich hab nur gesehen, wie ein Kreis oben aufgetaucht ist. Ich dachte, ich wär das. Ne. Heute ist aber auch wieder mal nicht mein Tag. Es ist so... Es ist so geil. Beschissen, Digga. So eine Schlampe. Lieben wir. So eine Schlampe, sie weiß einfach, dass ich komme, ne? Diese anzügliche Sprache hier. Ich hol die noch. Die holt ich gleich. Ah, die holt mich gleich! Ich red grad nicht mal über Dings da. Irea, ich red über ein Twitch. Oh, cool. Hier ist die Party ab. Hilfe. Ich geh bruschen. Hilfe. Ich kenn euch nicht, ich geh bruschen. Die haben mich alle verkauft. Balanced. Ein Baubort. Was ist? Ja, alles gut. Ach, die kommen jetzt alle runter zu mir, ne? Sieht so aus, oder? Du wirst jetzt gerast... ...plast... ...gefitzt. Deutsch. Nö. Die pushen auch einfach weiter. Oh. Ja, die... Die nehmen zu dritt oben. Die seht schon auch nicht auseinander. Ja, und... Das ist mir egal. Doppel Scherko, bleibst du dir auf die Dauer. Irgendwer ist backgegangen. Oh, Irea, kannst du dich teleportieren? Oh, Scherko, bist du tot? Aua. Hast grad Scherko gesagt? Ach, Scherko, Twitch. Ich bin grad zu gehypt, okay? Oh, wait. Oh, Botline, stop that. Man kann mich jetzt gern die seiner töten und den Shatter unten bekommen. Dann kriegt mindestens Irea den Shatter nicht. Hi, Bryant. Ich bin weg. Ich bin weg. Trotzin unterwegs. Okay. Bart, verkauf mich nicht. Bart, verkauf dich aber. Ja. Ich weiß. Ich seh's. Oh, never night. This is how you remind me. Das da very good wär. Haha, bugger. Aha, Twitch. Twitch. Twitch dachte wirklich, aber kommt nicht. Sie hätt schon wieder gestorben. Ja, Twitch? Ja. Nein. Nein. Ich seh ihn. Er lebt noch. Ich bin grad aufm Weg. Oh, shit. Ah! Ich bin aufm Weg. Also wenn Twitch weiter rennt. Das schaff ich nicht. Ich bin zu langsam. Ach, ich will aber den Twitch-Cut-One-Shotten. Twitch darf keinen Spaß haben. Das war eigentlich grad der Ernst. Warte. Fick ich das hin? Äh, Drake. Fuck. Das ist die Soul. Das wär keine gute Idee, wenn die die jetzt so bekommen. Das wär gut, wenn die die jetzt so bekommen. Ach Junge, hallo. So schnell war ich jetzt nicht bereit, ne? Please kill me. Ich EEL. Okay. Der Trillt. ADCs dürfen keinen Spaß haben, wenn Chaco da ist. Liegen wir. Ah, Triss. Das ist eine Regel, eine Faustregel einfach. Chaco gepickt. ADC darf den Spaß haben. Wo ist der? Gibt Kehle auf ihn. Wo ist denn der Twitch? Jimmy Street. Hahaha. Nur noch kein Smite, ne? Ich hoffe, dass wir ist das Team. Ja. Dass wir das Game noch so gewinnen, ne? Vielleicht. Das Twitch ist Botlane. Was macht der als Solo Botlane? Spass haben? Nein. Nein. Nicht in meiner Welt. Runter da. Runter zu Twitch. Wo ist der Twitch? Nicht in meiner Welt. Oh, Twitch ist immer noch da. Immer noch hier. Der ist immer noch hier. Wo ist der? Oh Gott, das ist die Reha. Liegen wir. Oh Gott, äger. Ach, was macht denn Sejuan hier oben? Was macht die denn jetzt wieder für Sachen? Der Reha ist ja Full Build. Der Reha ist auch fucking broken. Der Reha ist doch zu tun und fahren. Wie mehr? Eigentlich könnten wir grad übel pushen, ne? Die Botlane macht grad so guten Job. Niko, du pushst jetzt einfach Toplane. Einfach Braindead Toplane pushen. Okay. Ich push Braindead mit der Wave, Digger. Die müssen jetzt erstmal alle zu mir moven. Oh, in der Zeit kannst du Toplane einreißen. Ja, also ihr redet, denkt sich gleich so, Teleport top. Oh Gott, ich bin dead, Alter. Oh Gott, das hab ich gar nicht mitbekommen. Mach den Tower und dann hau ab. Okay, jetzt kannst du erbauen. I'm running, I'm running. Oh, hab ich mich grad erschrocken, Digger. Ich will zum Red Buff laufen von denen, ne? Und auf einmal ist da ein Brent und der Senna, Alter. In meinem Gesicht. Man, Twitch hat Spaß, glaub ich. Darf nicht sein. Wir lieben Twitch. Näh. Näh. Ich gucke lieber Videos zu schlafen. Oh. No front. Also im Hintergrund läuft Twitch, aber... Dass ich einpenne, schau ich Videos. Twitch Clips Germany. Weil wenn mein Handy irgendwann mal ausgeht, wenn ich einpennen und dann wach werde, ist Twitch noch da. Bei YouTube kommt dann irgendwelche, wie heißt, Kleinkinder, die ein Haus bauen. Oder im Untergrund. Oder im Untergrund. Oder im Untergrund einen evilsten Pool bauen oder irgendwas. Oder du hast auf einmal irgendein Politik-Video an. Oder das. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Du wachst auf und denkst dir so, what the fuck? Wachst auf und denkst dir einfach nur Hilfe. Oh Gott, ich krieg da richtig hart auf den Sack, ne? Bin grad nicht da. Also die kriegen grad Zeit auf den Sack. Okay, das Game ist Lust. Nicht da reingehen, Nicole. Und den anderen. Da, 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 da. Aus. Wir dürfen jetzt auf 40. Ach, wir müssen den Drake holen. Wir müssen zum Drake. Ah, okay. Selig. Ich hab aber keinen Az appointed. Noch chilliger. Sind wir schon am Drake? Nee, jetzt, ne? Geh jetzt zum Drake. Hast du uns damit nicht gerade angekündigt? Scheiß egal Twitch komm her Komm her Twitch Du kommst mir nicht weg Okay du machst das schon Oh shit Sind die falsche Richtung gelaufen? Danke Dana für deinen Sub Kuss, kuss, kuss Ich bin nicht dran gelaufen Leid hier immer noch in der Runde Ja Das wird dann auch ein sehr langes YouTube Video tatsächlich Das ist ein GGWP Das wird einfach Uncut hochgeladen Das ist ein GGWP Ich bin für die nächsten 40 Sekunden einfach nicht da Ach Bart macht das schon Klar Wir lieben Bart Freeze GG Allah Irre 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 Okay hätte der Twitch jetzt Is reingeschrieben Ey ich hätte seine Adresse Wirklich gesucht Ich hätte seine Adresse Wirklich gesucht Ja damn Ich bin анge Ich bin an Ich bin an Ich bin an